Julius August Kardinal Döpfner war Bischof von Würzburg und Berlin sowie Erzbischof von München und Freising. Er wurde während des Zweiten Vatikanischen Konzils 1962 bis 1965 zu einer der prägendsten Figuren der katholischen Kirche. Herkunft und Werdegang Julius Döpfner wurde als Sohn des Hoteldieners Julius Matthias Döpfner in Hausen bei Bad Kissingen geboren und wuchs in sehr einfachen Verhältnissen auf. 1924 wurde er ins Gymnasium der Augustiner in Münnerstadt, 1925 ins bischöfliche Knabenseminar Kilianium zu Würzburg aufgenommen und legte 1933 Dekasekunden Abitur als Klassenbester ab. Anschließend begann er an der Universität Würzburg ein Theologiestudium und wechselte bereits nach einem Semester mit einem Stipendium an das Collegium Germanicum der päpstlichen Universität Gregoriana in Rom. In Würzburg wurde er als Studentmitglied der katholischen Studentenverbindung Normania im KV. In der Kirche Ilgesu in Rom empfing er am 29. Oktober 1939 durch Luigi Tralia das Sakrament der Priesterweihe. 1941 promovierte er über Natur und über Natur bei John Henry Newman zum Doktor der Theologie. Von 1941 bis 1944 war Döpfner Kaplan in Großwallstadt, Schweinfurt und Kochsheim. Von 1944 bis 1945 Präfekt am bischöflichen Knabenseminar Kilianium in Würzburg. 1945 erfolgte die Ernennung zum Supregens am Würzburger Priesterseminar. Bischof von Würzburg am 11. August 1948 ernannte Papst Pius XII. Ihn als Nachfolger von Matthias Ehrenfried zum Bischof von Würzburg der Bamberger Erzbischof Josef Otto Kolt weihte ihn am 14. Oktober. Mit Konsekratoren waren der damalige Bischof von Eichstätt und spätere Kurien Kardinal Josef Schreffer sowie der Bamberger Weihbischof Arthur Michael Landgraf. Mit 35 Jahren war Döpfner damit der jüngste katholische Bischof Europas. Sein bischöflicher Wahlspruch lautete, Predikamus Crucifixum und entstammt dem 1. Korintherbrief. Julius Döpfners Amtszeit begann in einer völlig zerstörten Stadt, in der zum Kriegsende nur noch etwa 53.000 Menschen lebten. Zerstörte Kirchen wurden zunächst notdürftig für erste Gottesdienste wieder instand gesetzt. Die Wiederherstellung des Würzburger Domes dauerte bis 1967. Der neue Bischof galt als volksnahe Persönlichkeit, da er jenseits des Pastoralvokabulars die richtigen Worte fand. Seine Sorge angesichts der zerstörten Stadt galt dem Wohnungsbau. Er gründete dazu ein 1949 Dekasekunden St. Bruno Werk. Wohnungsbau ist Dombau, war seine Überzeugung. Bei den Feierlichkeiten anlässlich des 1200-jährigen Bestehens des Bistums Würzburg fanden sich 50.000 Gläubige ein. Darunter als besonderer Ehrengast der Bischof Osten Quinn von Kilmor, von wo auch der HL. Kilian gekommen sein soll. 1958 erhielt Döpfner von der Stadt Bad Kissingen wegen seiner Verdienste um den sozialen Wohnungsbau die Ehrenbürgerwürde. 1952 exkommunizierte er als Bischof den späteren Kirchenkritiker Karl-Heinz Deschner, weil der eine geschiedene Frau geheiratet hatte. Bischof von Berlin am 15. Januar 1957 ernannte ihn Pius XII. Zum Bischof von Berlin die Intronisation erfolgte im März. Am 15. Dezember 1958 erfolgte die Erhebung zum Kardinalpriester mit der Titelkirche Santa Maria de la Scala durch Johannes XXIII. Damit war Döpfner der jüngste Kardinal der katholischen Kirche. Erzbischof von München und Freising und Zweites Vatikanisches Konzil am 3. Juli 1961 erfolgte die Ernennung zum Erzbischof von München und Freising. Mit der Intronisation am 30. September. Gleichzeitig wurde er als Münchner Erzbischof Vorsitzender der Freisinger Bischofskonferenz. Im selben Jahr wurde Döpfner in den Verband der wissenschaftlichen katholischen Studentenvereine UNITAS als Mitglied aufgenommen. Es war die alte Kirche, in der Döpfner aufstieg. Vom Geist der Ökumene, vom Ideal einer welthoffenen Kirche war in ihr noch nichts zu spüren, die katholische Welt war konservativ und streng. In vielen Gemeinden keimte Kritik und die Kirche änderte sich. Zunächst war Döpfner Mitglied der Zentralen Vorbereitungskommission zum Zweiten Vatikanischen Konzil und nahm auch selbst an demselben von 1962 bis 1965 teil. Für die erste Sitzungsperiode wählte er Josef Pascha als theologischen Berater. Als einer von vier Moderatoren des Konzils wirkte er maßgeblich an dessen Beschlüssen mit und stimmte mit Johannes XXIII. In der Vorstellung einer Kirche, die sich selbstständig prüft und erneuert, überein. In der Berichterstattung zum Konzil galt er damals als einer der Wortführer des Reformflügels, der vorwärtsgewandten Mehrheit. Döpfner nahm am Konklave vom Juni 1963 zur Wahl Pauls V.I. Teil. Am 3. Dezember 1965 wurde er in Rom zum Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz gewählt. Von 1971 bis 1975 war er zudem Präsident der gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland. Als Papst Paul VI. 1968 in der Enzyklika Humanevitæ die künstliche Empfängnisverhütung verbot, ging Döpfner einen Mittelweg. Er verteidigte den Papst, trieb aber zugleich die Königsteiner Erklärung der deutschen Bischöfe voran. Bei der Verhütung sei die verantwortungsbewusste Gewissensentscheidung der Gläubigen zu achten. Um die Umsetzung der Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils bemühte sich Döpfner Zeitlebens. Im Erzbestumm München und Freising schritt er voran. 1967 begann Döpfner eine Strukturreform der Seelsorge, 1968 setzte er die ersten Laien als Kommunionhelfer ein. 1971 deutschlandweit die ersten Laien als Pastoralassistenten. Zu ökumenischen Gottesdiensten besuchte Döpfner die evangelische Matthäuskirche. In den Jahren 1973-74 kämpfte er gegen die Streichung des 218 StGB und für den Schutz des ungeborenen Lebens. Döpfner starb völlig unerwartet am 24. Juli 1976 in der Pförtnerloge des Erzbischöflichen Palais in München im Alter von 62 Jahren an einem Herzinfarkt. Einen Tag nachdem er für den Rundfunk noch das Wort zum Sonntag für den 7. August 1976 aufgezeichnet hatte. Das Thema der Sendung war die Begegnung mit Gott. Döpfner wurde am 29. Juli 1976 in der Krypta des Münchner Liebfrauendomes beigesetzt. Josef Kardinal Höfner zelebrierte das Requiem und Hermann Kardinalfolk predigte. Die sich anschließende Beisetzung in der Gruft des Domes nahm Kapitulaviker Weihbischof Ernst Thewes vor. Ehrungen Das Bildungszentrum auf dem Domberg in Freising wurde nach ihm benannt. Kardinal Döpfner Haus Julius Döpfner wurde Ehrengroßprior der deutschen Stadthalterei des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem. Zum 100. Geburtstag gab die Deutsche Post AG mit dem Erstausgabetag 8. August 2013 ein Sonderpostwertzeichen im Wert von 58 Euro Sint heraus. Der Entwurf stammt von den Grafikern Iris Utikal und Michael Geis aus Köln. Werke Das Verhältnis von Natur und über Natur bei John Henry Kardinal Newman Rom 1945 Deutscher Katholizismus und Konziljahre Erneuerung Erfahrungen D. Bischofs in Würzburg Berlin U. München Würzburg 1965 Die Berliner Jahre Julius Kardinal Döpfner als Bischof von Berlin 1957 bis 1961 Berlin 1961 Die Mitte unseres Glaubens Christologische Ansprachen Erich W. Will Verlag München Freiburg I. BR 1971 Die Zukunft des Glaubens Kevela 1969 Konzilstagebücher Briefe und Notizen zum Zweiten Vatikanischen Konzil B. A. V. Guido Treffler Regensburg 2006 Reform als Wesenselement der Kirche Überlegungen zum Zweiten Vatikanischen Konzil Würzburg 1964 Verlegungen zum Zweiten Vatikanischen Konzil Bein Regenbücher Mehrere Mehrere